Hallo, ich bin Benjamin Kahl, Snowboard-Weltmeister und leidenschaftlicher Wintersportler. Dabei vergesse ich nie auf meine Sicherheit. Ein guter Tipp von uns, eine auf eure Bedürfnisse abgestimmte und vom Fachhändler überprüfte Sportausrüstung ist das A und O auf der Piste. Checkt eure Ski, Boards, Schuh, Bindung, Helm und Schutzausrüstung. So habt ihr mit Sicherheit mehr Spaß im Sport.